Sortiere so viele Formen wie möglich. So viele Formen wie möglich. PRISMA mit trapezförmiger Grundfläche. Das Geometriekabinett. Kreis. Ziehe die Formen an den richtigen Kreis. 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 Yeah! Kannst du jetzt diese Formen finden? Wenn du 10 berührst, entdeckst du den Namen des Ortes. Um alle Formen zu sehen, berühre den Zauberpinsel. Sechseck. Sechseck. Ellipse. Spiele. 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 Finde die nächste Form. Gleichseitiges Dreieck. Rechteck. Rechteck. Jetzt bist du dran. Hör gut zu und berühre rechtwinkliges Trapez. Oktagon. Gleichseitiges Dreieck. Gleichseitiges Dreieck. Berühre die Form, die nicht dazugehört. Oktagon. Kreis. Sceptergon. Spitzwinkliges, gleichschenkliches Dreieck. Kreis. Rosette. Gekrümmtes Dreieck. Sceptergon. Zehneck. Zehneck. Das Geometriekabinett. Kurven. Schミ. Schm. Schm. Untertitelung des ZDF, 2020